moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session für diejenigen denen ich es noch nicht gewünscht habe ein frohes neues jahr 2024 das ist richtig das ist hier eine unserer folgen im neuen jahr schon und heute habe ich mir gedacht nehme ich mir mal wieder was vor setze ich mal wieder was um was wir im vergangenen jahr schon einmal gewagt haben was allerdings ja längst noch nicht ausgeschöpft ist denn wir gehen heute wieder wakalsix zu werke es wird geangelt auf ultraleit am nordmeer herrschaften und das heißt für uns wir suchen uns einen spot der frequent laufen könnte in unserem fall heute sind das 34 meter da werden wir unterwegs sein und unsere ul präsentieren ich bin gespannt wie es läuft auf jeden fall zeige ich euch natürlich in diesem zusammenhang wie das setup aussieht ich habe mir überlegt was machst du es sollte was auf jigs sein weil jig führung grundsätzlich ermöglicht köder zu präsentieren bei denen ich auch weiß dass sie angenommen werden beispielsweise schaumgummifische maggots real worms oder im heutigen falle der quicker allerdings auch ein bisschen abgewandelt das ganze ich zeige euch das mal wir haben nämlich heute hier einen sehr kleinen quicker an bord den quicker 3007 er ist pink die farbe kennen wir aber es ist die kleine version und die fängt an bei 8er haken und wir sind unterwegs auf 2er haken ich bin gespannt wie es wird 13 kilo haben wir hier in der schnur 11,2 im vorfach und wir haben hier die zahlen entferne auf einer ultima ul das ganze prinzip haben wir schon mal getestet größere haken ich hoffe dass es entsprechend einrichtet uns ein paar schöne fische zu liefern auf jeden fall bin ich gespannt wie sich das das ganze gestaltet und wir legen in diesem zusammenhang gleich mal los viel spaß und willkommen im neuen jahr ich bin mal wieder bereit für so einen abschluss moment also wir gucken mal wir werden mal ein paar verschiedene köder einfach testen ich werde mich da jetzt erstmal nicht festlegen ich fange jetzt einfach mal mit dem provoker 4001 an der hält hier drauf aus ich gehe ein bisschen runter erstmal mit der bremse für den anfang und dann lasst uns doch einfach mal gucken was hier so passiert aber ich werde auch noch mal den köder wechseln sicherheitshalber mal pinken quicker drauf das ding sollte auf jeden fall was fangen so dann haben wir da unsere ausstattung gewählt dann gucken wir mal wie der pinke quicker sich hier so schlägt so de leo ich lasse mal ein bisschen runter wir haben was okay leute es zittert und es bibbert aber wir haben was und dieser fisch kommt rasch nach oben da wir eine hohe übersetzung haben und der gut mitspielt dann gucken wir mal was wir hier als ersten fisch dran haben ich bin gespannt wir fangen an mit der aal mutter 241 gramm ja moin diggi hat man ja gar nicht gemerkt auf der angel ich habe jetzt gedacht wir hätten schon über ein kilo dran ist nicht dein ernst geil erst mal die aal mutter gefangen schön veräppeln lassen gut die bremse geht auch noch ein bisschen höher ich denke mal das hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt dass wir jetzt gerade das gefühl hatten wir hätten noch sonst was dran ne ja gut wochenrekord aal mutter auf ul se da stehe ich schon im chat da stehe ich schon ja ja das wird noch häufiger vorkommen wenn wir jetzt hier den move machen mit der mit der ul zu angeln das wird noch häufiger vorkommen jetzt da könnt ihr euch drauf einlassen gut gucken wir mal was als nächstes so einstiefelt ich bin gespannt da ist der nächste ja ja alles klar leute da ist ein bisschen mehr dran da ist ein bisschen mehr fisch dran dann wollen wir den mal hoch kurbeln freunde ist 25 komme ich noch mit das geil ist noch kein problem aber der ist auf jeden fall keine aal mutter mit 240 gramm so viel ist man sicher was haben wir denn da eine klische mit einem kilo ja guten tag herrschaften sehr schön guckt euch mal den an das ist schöne nummer klasse wochenrekord klische ul da ist er sehr schön das ist eine gute größe herrschaften da mache ich gerne weiter ich glaube so große klischen ziehe ich sonst nicht so häufig ne also gut wir haben so wir haben so einen schönen kleinen quicker drauf ne der macht natürlich auch noch mal gut was her klasse freut mich sieht es denn das mit dem verschleiß aus oh oh 15 prozent auf der schmierung ich glaube ich hätte vorher mal wechseln sollen ja schön ne ich warum nicht einfach ganz kaputt machen das ding kostet ja nichts die reparatur nach gott 15 prozent was soll es ganz ehrlich dann ist das halt mal so dann ist das halt mal so wir müssen damit jetzt leben ich weiß wie viele menschen da jetzt sitzen und wahrscheinlich die facepalm ausgeben für den move hier mit dem ultra light setup und ja guck mal hier wir rocken das bis 29 hoch mal gucken ob es gut geht so auf jeden fall stattlicher bis sehe ich da was leute da hängt was flaches dran ich sehe nur dass was flaches dran hängt wir haben platt fisch wir haben platt fisch an der angel der scheint nicht so schlecht zu sein sehr schön da gucken wir gleich mal was das genau ist also bei dem druck kann ich mir tatsächlich ein steinboot vorstellen so da hinten kommt da hoch da haben wir unseren fisch an der angel was ist es denn nun ist es jetzt der steinboot oder nicht fühlt sich wie gesagt an wie einer zehn meter es hängt ein steinboot dran ja ein tonnen schweres gerät das wahrscheinlich gerade mal zwei kilo schafft ei 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 herrschaften fünf minuten für diesen steinboot und der schwebt über die wasseroberfläche er ist faktisch nicht mehr im wasser doch jetzt wieder dann komm mal her sechs kilogramm na das erklärt auf jeden fall den druck sechseinhalb kilo steinboot hier auf unseren mikroskopisch kleinen quicker ja das ist auf jeden fall mal ein wochenrekord würde ich behaupten das ist auf jeden fall mal ein wochenrekord der hat moment gebraucht aber zahlt sicherlich auch gut ne also bisher gefallen mir die drei fische die wir in elf minuten gezogen haben gut sehr schön so was ist jetzt hier steht nicht drinne der steinboot kommt sicherlich gleich noch die müssen gerade erst mal ihre brille putzen und genau hingucken weil das so weil das so ein schöner großer fisch auf ul ist jajaja so wird es sein leute steinboot neun kilo sind schon auf platz eins okay aber wir sind auf platz drei in deutschland das ist schon mal nicht schlecht so der hier geht dafür umso leichter dann gucken wir mal was hier dran hängt so da kommt eine almutter mit 371 gramm jawohl nehmen wir mit schöne größe übrigens für eine almudi die zahlen ja ein bisschen klasse wie sieht es eigentlich mit dem verschleiß aus auf der auf der schmierung nach dem kollegen wir hatten eben 15 prozent ja 15,5 also viel ist nicht dazu gekommen alles noch im rahmen passt schon da haben wir doch was na also das fühlt sich doch nach almutter an von dem druck dann sehen wir mal zu dass wir den kandidaten noch hoch befördern und ziehen wieder zurück auf die 34 schönes ding gucken wir mal was kriegen wir denn diesmal da gibt es almutter mit 200 gramm glatt sehr gut direkt wieder ein wochenrekord aber wie gesagt ist es ist es nicht verwunderlich weil wir haben anfang einer woche wir haben nordmeer ul da passiert noch mal ein bisschen was hier sollte das leben wieder etwas mehr pulsieren lassen wir den da noch mal runter das gibt es diesmal almutter 352 gramm die sind da die zahlen auch gut und sie sind vor allem alle auf ul gefangen das ist das nächste ding wieder ein wochenrekord na klar das baut sich jetzt so stück um stück auf und da kommt der nächste fisch ok wir haben ihn an der angel und er macht sich gut schwer das muss man sagen aber ist auch sehr schwerfällig wie es scheint in steinbutt wirkt es im ersten moment nicht unbedingt vielleicht haben eine gute scholle klische oder doggerscharbe dran ich weiß nicht wie die sich so verhalten 20 meter noch er kommt langsam 10 meter noch ich sehe nichts jetzt wird er wach ok jetzt will er ein bisschen kämpfen na gut können wir ihm den kampf aber es ist was platte was plattes sehe ich es sieht aus wie ein rochen leute ich glaube wir haben ein stern rochen dran jawohl hat zwar nur 794 gramm aber es ist ein stern rochen hey jetzt überlegt mal 794 gramm macht so ein terz was machen bitte zwei kilo von dem ding ach du meine güte ich will es mir gar nicht vorstellen ja leider zahlt er nicht weil er zu klein ist für eine maßige größe hätten wir schon ein kilo ziehen müssen ok also anstrengend fürs nächste mal ist die devise wissen sie bescheid müssen wir noch mal ein bisschen rein glotzen so was haben wir hier da haben wir ein shellfisch mit 728 naja das anfänglich so gut gestartete ründchen ist offensichtlich jetzt ein bisschen wieder abgedriftet in richtung mainstream angelei mit untermassigen krams ja aber so k selbst der shellfisch ist als wochenrekord gelistet einfach nur weil es die ul ist ok war nicht mein ziel zugegebenermaßen aber das hier sieht besser aus ok wir haben offensichtlich diesmal einen echten gegner hier an die angel gekriegt dann gucken wir mal was es wird denken wir zurück daran der eine sternrochen hatte nicht mal 800 gramm und hat ähnlich viel druck geliefert gucken wir mal was das hier wird 15 meter haben wir ihn schon ran auf 15 haben wir ihn schon ran viel stress am anfang wenig danach das könnte auch kühler sein wenn es ganz schlecht läuft mal gucken es sieht tatsächlich danach aus aber es ist ein shellfisch mit 5 kilo wow ok der ist auf jeden fall mal besser als der von gerade eben das macht einen unterschied cool das ist nett immer auf 27 nicht dass wir die dann total ausschlagen oder ähnliches lieber realistisch bleiben einfach mal was anderes wieder tun einfach mal gucken was passiert und dann ist gut und da ist party angesagt das fühlt sich jetzt wieder so in etwa an wie der steinboot vorhin wobei ein bisschen schlimmer glaube ich sogar nutzt die momente aus in denen er nichts macht sehr schön 6 kilo kabel ja es ist halt nichts halbes nichts ganzes leider ne aber kommt trotzdem in rekorde rein so wir gucken mal 20 meter noch was haben wir diesmal was haben wir diesmal dran hat sich am anfang sehr viel schwerer gegeben jetzt gerade kommen wir ganz gut drauf klar wir haben aber leider auch ein paar ausschlitzer zwischendurch ich hoffe der bleibt dran hier ich habe keine lust auf unangenehme zwischensequenzen so was haben wir hier er kommt da kommt da kommt da kommt das sieht aus wie ein köhler oder aha ja guten tag 9 kilo köhler auf ul kann man mal machen ne herrschaften hat sich auf jeden fall so angefühlt nett nehme ich zahlt auch ein bisschen so da gibt es eine scholle sehr schön mit 700 gramm an der ultraleit danke nehmen wir platt fische on point also falls ihr mal zwischendurch was für das selbstwertgefühl braucht schnappt euch eine ultraleitung geht ans meer dann habt ihr ein paar wochen rekorde mit dabei wenn alles gut läuft so wie es hier aussieht haben wir eine ganze menge da ist man auf jeden fall dann wieder happy wenn es mal zwischendurch bei den tests nicht läuft dann einfach mal so was machen nach dem motto jeder fischeintreffer ne oh der ist wieder gut ja ja oh ja schön spannender druck ich kann hier gerade gar nichts bewegen es ist der erste der uns schon nur abzieht aber auch nur kurzweilig wie es scheint schönes ding bleib schön dran bitte das sieht aus ist das ich glaube wir haben wieder ein shellfisch dran oder alternative ein köhler tippe eher auf shellfisch dieses mal das könnte shellfisch sein ja wieder fünf kilo schönes ding gleich mal hinterher jawollo und immer noch zehn minuten zeit 18 fische bisher im kischer nach oben kurbeln ist super entspannend hier mit dem ding hohe übersetzung regelt das meiste da kommt der seeskorpion an glaube ich oder ne seehase guck mal hier 687 gramm seehase das ist schön den nehme ich gerne mit das ist ja klasse mal wieder ein bisschen abwechslung im kischer cool nächster wochen rekord seehase also ich glaube tatsächlich jeder einzelne fisch den wir gezogen haben hat es auch in die rekorde geschafft das ist an sich ganz nett aber verwundert mich ehrlich gesagt nicht erstens anfang der woche zweitens ul am nordmeer das machen nicht viele also wie gesagt für den spaßfaktor ist es auf jeden fall zu empfehlen für den silberfaktor müssen wir gleich mal gucken was da rauskommt aber geht man nicht von zu viel aus so ich glaube wir haben hier noch mal ein kabeljau dran sehr schön ich habe schon vermisst mit 5,9 das war jetzt aber nicht so schlimm tatsächlich wie ich dachte hätte gedacht dass der mehr druck macht ja alles noch im rahmen des möglichen zehn meter noch ein letzter fisch hier aus der session sieht nach kleinem stellfisch aus okay na gut wo die großen fallen da müssen auch die kleinen sich ab und zu noch ergeben aber an sich ja es ist ein schöner bunter kescher geworden dafür dass wir mit ul unterwegs waren wir gucken uns das ganze jetzt mal an im verkauf einige schöne sachen sind dabei und wie gesagt ich denke man kann das auch mit dem quicker hier noch mal auf einem ticken größeren setup machen um dann wirklich auch zeitnah die ganzen fische zu kriegen du haust mir jetzt hier nicht ab freundchen wir gucken mal rein also preislich sortiert gehen wir da mal vorn vorne durch da hat natürlich der steinboot am meisten zeit gekostet beim drill er liefert aber auch dafür am meisten silber hier fast 60 silber an der stelle die klische 28 das war eine schöne überraschung gleich zu anfang ich dachte es kommen noch ein paar mehr war dann leider doch nicht der fall wir haben schelfisch zweimal mit fünf kilogramm beide so um die 27 silber die aal muttern gut dass wir die am anfang hatten wenig gegendruck aber zahlen gut wir sehen sie ganz oben im kescher der köhler hier mit 22 silber der seehase mit 8 paar sachen sind dabei auf eine stunde hier 311 silber ist nicht die welt es ist auch nicht der normale schnitt den wir haben aber es ist auf jeden fall spannend weil wir zusätzliche rekorde sammeln können und das einfach so ein bisschen wie soll ich sagen eine gewisse art von balsam ist einfach für die angler seele mal so ein bisschen im chat die rekorde zu sehen die aufploppen man hat den drill man hat den thrill man hat so ein bisschen die die spannung wenn man da einen schönen satten einstieg auf ultraleit bekommt über den verschleiß und die kosten reden wir jetzt einfach mal nicht ne leute da kann man immer schwarz sehen und meckern aber es macht auf jeden fall laune und ich denke als angler hat es nicht nur immer den finanziellen aspekt sondern auch den passionierten und in dem zusammenhang kann ich nur sagen hat sich die session auf jeden fall für mich persönlich gelohnt haben wir fertig ich schätze mich jetzt mal witte witte Untertitelung des ZDF, 2020